in welcher welt sind sie denn hier gelandet all die man null abo special gesehen haben und ich glaube das sind alle schließlich hat das video um die 550 klicks ich glaube sogar ein bisschen mehr die werden es vielleicht erkennen das ist die welt in der ich zum schluss im zeitraffer die null gebaut habe hat sie vorher auch ganz kurz gesehen und ihr habt es an diesem titel gesehen 50 abonnenten und ich finde es ist echt eine gute idee wenn ich bei dieser welt einfach weiter baue nur diesmal mache ich halt eine 50 nicht das koppel stone sondern diesmal eben aus normalen stein ist jetzt nicht viel aufwendiger ich hätte auch ein viel aufwendigeres material nehmen können also was aufwendiger ist zu bekommen aber ich brauche doch beim 100 abonnenten special dann eine steigerung und keine ahnung beim 100 abonnenten special nehmen wir halt dann wieder was anderes bist du dann vielleicht irgendwann mal bei dia sind und ich ein ganzes projekt draus machen muss weil es zu hart ist die blöcke zu fahren würde ich ganz cool finden vor allem weil ich weiß nicht ob das schon jemand vorher gemacht hat das ist denke ich schon was ganz einmaliges habe ich jetzt gerade kohle gesucht weil ich es für den ofen brauche um das koppelstern halt zu schmelzen weil wenn man koppelstern schmilzt die dies nicht wissen dann wird wieder stein draus ich muss wirklich sagen 50 abonnenten sind echt viel klar eine millionen ist was ganz anderes aber für mich ist das schon viel ich meine könnte zum beispiel also ihr alle könnte zum beispiel mehr als zwei ganze schulklassen füllen so als beispiel also 50 abonnenten es ist gar nicht so wenig und ja im grunde genommen ist das video hat einfach da weil ich mich einfach bei euch bedanken möchte und deswegen ein riesiges dankeschön an jedem der dieses video sieht und vielleicht seit kurzem dabei ist und einfach gerne meinen kanal sieht oder schon seit ewigkeiten ich habe den kanal ja schon fast ein jahr ja gut sagen wir dreiviertel jahr und hier war ich by the way in einer schlucht unter wasser wie man sieht auch mit stellen wo luft war und die schlucht finde ich echt da ist weil eigentlich würde das physikalisch gar nicht möglich sein dass da auch mal so wasser zwischendrin ist aber bei minecraft geht es halt und das finde ich ziemlich cool habt ihr schon mal eine schlucht gesehen die so halb im wasser war ich auf jeden fall nicht ja viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen ich will mich halt einfach nur bei euch bedanken im letzten info video habe ich gesagt dass ich auf keinen fall vorhab aufzuhören und ich weiß momentan ist echt wenig los auf meinem kanal aber das liegt nicht daran dass ich halt keine keinen bock habe sondern das liegt halt einfach daran dass ich irgendwie momentan leider keine zeit habe und gerade durch das dass ich die 50 abonnenten geknackt bin ich halt eigentlich extrem motiviert aber ich habe irgendwie keine zeit was zu machen und das ist echt blöd weil das special hätte schon vor einem monat kommen können übrigens kommen die legs von meinem pc ich habe keine ahnung woran das liegt ich habe halt irgendwie nie legs wenn ich online spiele und wenn ich dann einzel spieler modus bin schon ergibt jetzt irgendwie keinen sinn aber ja keine ahnung ja hier habe ich gegen einen creeper gekämpft ist mit legs und einer steinspitzacke natürlich super gute voraussetzungen ja ich habe gekämpft bis er dann keinen bock mehr hatte und dann fiel mir halt ein dass ich eigentlich genau genommen schon 51 und nicht 50 abos habe also wollte ich eine 51 bauen und das gute daran ist auch dass ich im null abonnenten special ja schon eine null gebaut habe deswegen wir noch mal eine null irgendwie richtig langweilig gewesen also war eine eins eigentlich schon besser so dann habe ich hier noch mal etwas herum probiert wie gesagt ich war mir immer noch unsicher dass jetzt nur zwei oder fünf ist im nachhinein es ist nur zwei aber ich habe halt nicht sicher und hat dann einfach ein einzig gebaut also daneben nicht statt der zwei habe ich mir stein geholt dann habe ich auch gesehen dann habe ich aus den 21 abonnenten sind kurz mal auf 80 gestiegen und dann wieder auf 51 gesungen da haben wir es gebaut im speedraffer weil es wäre sonst ein bisschen zu lange gewesen ja ich habe mich jetzt schon zweimal bedankt aber ich sage es noch mal danke an alle 51 abonnenten an jeden einzelnen von euch wahrscheinlich hat mich jetzt eh schon jemand deabonniert weil er sich einfach so dachte ja jetzt habe ich nicht bei 51 voll lustig du bist so toll du hast mich echt voll wild getrollt ich fühle mich wirklich getrollt naja wie dem auch sei ich hoffe dass ich bald wieder mal mehr zeit habe videos zu machen aber bis dahin wünsche ich euch eine gute zeit also bis zum nächsten mal ciao